Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer kurzen Meditation zum Pause machen. Wenn du magst, kannst du dich hinlegen oder hinsetzen, ganz so, wie es für dich bequem ist, und erst mal in Ruhe bei dir ankommt. Stell dir vor, wie du den Pause-Button in deinem Leben drückst und die Zeit einfach anhält. Alles bleibt stehen und du kannst für die Dauer dieser Meditation einfach genießen, Pause machen, neue Energie tanken und es dir gut gehen lassen. Und alles, was wichtig ist in deinem Leben, wartet danach immer noch auf dich. Auch alle Gedanken und Gefühle dürfen einfach da sein. Selbst die, die sagen, ich habe keine Zeit für eine Pause, ich sollte gerade etwas Wichtiges erledigen. Alles gut, auch der Gedanke darf da sein. Du brauchst nichts damit zu tun. Vielleicht möchte er ja auch Pause machen. Lass deinen Atem tiefer werden. Nimm einfach wahr, was gerade in dir geschieht. Ich bin einfach, was gerade in dir geschieht. Wenn du magst, kannst du dir auch einen Ort vorstellen, an dem du am besten Pause machen kannst, wo du dich komplett entspannen und erholen kannst. Was siehst du vor deinem inneren Auge? Was siehst du vor deinem inneren Auge? Was hörst du, wenn du an diesem Ort bist? Und wie fühlt sich das an? Und wie fühlt sich das an? Was ist, wenn du in deiner Vorstellung von alleine immer stärker und deutlicher wird? Wie du mit all deinen Sinnen in diese Erfahrung der Pause eintauchen kannst. während dein Atem immer noch gleichmäßig tief geht. Du dort sitzt oder liegst, wo du gerade bist. Und alles, was du wahrnimmst, dazu führen kann, dass du dich Stück für Stück immer ein bisschen mehr entspannst. Und dann sage einmal innerlich oder laut den Satz, es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Wie schön es ist, eine Pause zu machen. Wie wundervoll. Vielleicht hat dein Verstand auch eine Wende dagegen und sagt, was sind das denn für komische Sätze. Aber das stimmt ja nicht. Wie wundervoll. Auch das darf da sein. Du brauchst nichts damit zu tun. Es ist so, wie wenn wir ein Pferd in eine neue Richtung lenken. Weg von der Anstrengung hin zu dem, was schön ist, was bereits da ist, was wundervoll ist. Und wenn du dich darauf einlässt, spürst du vielleicht auch den Effekt in deinem Körper. Wie fühlt sich das Gefühl an von wie wundervoll. Und dann entspann dich einfach. Mach eine Pause von der Pause. Lass einfach ganz los. Es gibt nichts zu tun. Du kannst einfach sein. Atmen. Atmen. Alles darf sein, wie es ist. während du eine Pause machst. Und dann nimm dir einfach noch so lange Zeit und Raum, wie du brauchst für dich. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du da bist.